Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Ich habe lange überlegt, wie ich dieses Thema angehe und vor allen Dingen, wie ich starte. Und ich glaube zuallererst muss gesagt werden, dieses Video dient der Informationsweitergabe von mir an euch. Es ist ein wertfreies Video, ein neutral gehaltenes Video mit Informationen über das Prozedere bei Schwangerschaftsabbrüchen. Dieses Video ist wertfrei. Ich nehme keine Stellung zu irgendeiner Seite und ich bitte auch in den Kommentaren respektvoll mit diesem Thema umzugehen, denn es ist ein großes und sehr brisantes Thema. Jüngst in den Medien, vielleicht habt ihr es mitbekommen, sind ja auch Kolleginnen von mir verurteilt worden, weil sie zum Beispiel auf ihrer Website Schwangerschaftsabbruch als Leistung aufgelistet haben. Dieses Thema ist also ein juristisch brisantes Thema. Es ist ein sensibles Thema. Es ist ein moralisches Thema, ein ethisches Thema und es ist auch ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Aber auch dieses Thema gehen wir ganz strukturiert an, von oben nach unten, sodass ihr am Ende dieses Videos verstanden habt, was ein Schwangerschaftsabbruch ist, wie dieser zustande kommt, was für Aspekte da beachtet werden müssen und wie er dann letztendlich auch durchgeführt werden kann. Wenn man Schwangerschaftsabbruch hört, hört man vielleicht auch immer diesen Begriff Abruptio oder Interruptio. Das sind quasi die medizinischen Begriffe für den Schwangerschaftsabbruch. Was man aber auch im Volksmund immer wieder hört, ist das Wort Abtreibung. Unterm Strich sind das alles Synonyme für ein und dieselbe Sache, nämlich die gezielte Beendigung einer Schwangerschaft. Und dass es ein juristisch sehr brisantes Thema ist, haben wir eben auch schon gehört, weil der Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch geregelt ist. Die Paragrafen 218 und 219 thematisieren den Schwangerschaftsabbruch, der grundsätzlich rechtswidrig ist. Das muss man wissen. Ein Schwangerschaftsabbruch ist rechtswidrig und wird mit einer Geldstrafe oder sogar Freiheitsentzug geahndet. Und dies gilt nicht nur für Ärztinnen und Ärzte, sondern eben auch für Schwangere und Dritte. Es gibt aber die Möglichkeit, als Arzt und auch als Schwangere straffrei zu bleiben, wenn gewisse juristische Voraussetzungen erfüllt sind und diese wirklich penibelst genau beachtet werden. Und diese Punkte gehen wir gleich mal strukturiert durch. Sprechen wir noch ganz kurz vorher über die Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch. Da gibt es nämlich drei. Wenn man sich so in den Medien umschaut, hört man eigentlich immer nur von diesem gewollten Schwangerschaftsabbruch. Also die Frau wird schwanger, möchte das Kind nicht und überlegt sich dann, diese Schwangerschaft zu beenden. Und das ist Punkt 1. Der Abbruch der Schwangerschaft ohne Indikation auf Wunsch der Schwangeren ist in Paragrafen 218a im Strafgesetzbuch Absatz 1 geregelt. Der zweite Punkt ist eine medizinische Indikation. Aus medizinischen Gründen muss oder soll die Schwangerschaft beendet werden, ist ebenfalls in Paragraf 218a Absatz 2 geregelt. Und der dritte Punkt ist die kriminologische Indikation, die ist ebenfalls in Paragraf 218 des Strafgesetzbuch Absatz 3 verankert. Wer da mal nachlesen möchte. Wir sprechen heute nur über diesen ersten Punkt, also die Indikation auf Wunsch der Schwangeren. Die anderen beiden gehe ich vielleicht in einem anderen Video nochmal ein, aber es wird sehr komplex, werdet ihr gleich merken. Und das würde einfach das Video sprengen, wenn ich jetzt alles per se und detailliert durchgehen würde. Wir sprechen also über den Fall, eine Frau wird schwanger und möchte aus welchen Gründen auch immer, und das soll hier heute nicht Thema sein, und das bitte ich wirklich auch in den Kommentaren zu respektieren. Sie möchte nicht mehr weiter schwanger sein, wünscht also die Schwangerschaftsbeendigung im Sinne eines Schwangerschaftsabbruchs. Wie ist jetzt das Vorgehen? Laut Paragraf 218 ist der Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig. Dieser Paragraf wird aber nicht verwirklicht, wenn man ein paar Voraussetzungen erfüllt hat. Erste Voraussetzung ist, die Schwangere wünscht den Schwangerschaftsabbruch. Nun die Schwangere, kein Arzt, keine Ärztin, keine Dritten. Die Schwangere muss den Wunsch äußern. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Schwangere muss nachweisen, dass sie sich bei einer Schwangeren-Konfliktberatung hat beraten lassen. Dieses Beratungsgespräch ist obligat. Das muss die Schwangere gemacht haben, sonst wird der Schwangerschaftsabbruch nicht durchgeführt, weil eben man sich dann wieder strafbar machen würde. Auch bei diesen Beratungsgesprächen gibt es ganz strikte gesetzliche Vorgaben. Es gibt auch verschiedene Trägerschaften, die so etwas anbieten. Bei diesen Beratungsgesprächen wird darüber gesprochen, was so ein Schwangerschaftsabbruch auch für Konsequenzen für die Patientin oder Betroffene hat, auch für die Partnerschaft oder das Paar. Wie es weitergehen könnte, wenn man die Schwangerschaft trotzdem austrägt, auch wenn man es nicht wünscht. Was es für private und öffentliche Hilfestellungen auch gibt. Da wird also ein allumfassendes Paket gemacht, um die Schwangere nochmal zu beraten und auch nochmal zu ergründen, woran liegt es denn, dass man diese Schwangerschaft beenden möchte. Nächster wichtiger Punkt ist das Beratungsdatum. Zwischen dieser Beratung und dem Schwangerschaftsabbruch müssen drei Tage liegen. Man kann also erst am vierten Tag nach der Beratung diese Schwangerschaftsbeendigung vornehmen. Und an diesen drei Tagen gibt es auch nichts zu rütteln, da gibt es überhaupt keinen zeitlichen Spielraum. Man möchte der Schwangeren einfach die drei Tage einräumen, um nochmal in sich zu gehen, um zu überlegen, gibt es vielleicht doch einen alternativen Weg, den ich einschlagen könnte. Drei Tage sind Pflicht. Vierter Punkt ist, der Schwangerschaftsabbruch wird von einer Ärztin oder einem Arzt durchgeführt. Es darf also nicht die Schwangere selbst vornehmen, es darf auch keine dritte Person, die nicht Ärztin oder Arzt ist, vornehmen, sondern das ist ganz strikt geregelt, es muss eine Ärztin oder ein Arzt sein. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. In Deutschland darf der Schwangerschaftsabbruch nur bis zur zwölften Schwangerschaftswoche nach Konzeption, also nach Empfängnis durchgeführt werden. Vorsicht, das ist eine kleine Stolperfalle, also nicht nach dem ersten Tag der letzten Periode, das wäre quasi bis zur vierzehnten Schwangerschaftswoche, sondern nach Konzeption. Das ist nämlich ein juristischer Zeitpunkt und nicht der gynäkologische, die ja immer nach dem ersten Tag der letzten Regel rechnen. Bei den Juristen wird nach Konzeptionsdatum gerechnet und da darf eben die zwölfte Schwangerschaftswoche nicht überschritten sein. Darüber hinaus werden in diesem Fall der Beratungsregelung keine Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland durchgeführt. Wer übernimmt jetzt eigentlich die Kosten für so einen Schwangerschaftsabbruch? Muss das die betroffene Schwangere selber tun oder übernimmt das eventuell sogar die Krankenkasse? Grundsätzlich hat die betroffene Schwangere keinen Anspruch auf die finanzielle Unterstützung der gesetzlichen Krankenkassen. Ausgenommen davon sind natürlich ärztliche Beratungen im Vorfeld oder auch im Nachhinein, beziehungsweise auch bei Komplikationen, steht natürlich die gesetzliche Krankenkasse dafür ein, wenn es da irgendwelche ärztlichen Dinge gibt, die zu tun sind. Aber für diesen Schwangerschaftsabbruch per se müssen sie nicht aufkommen. Dann schließt sich aber ein kleines Aber an. Wenn die Patientin gar kein oder ein sehr, sehr geringes Einkommen hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen die Krankenkasse doch dafür aufkommen. Da gibt es eine spezielle Einkommensgrenze, die festgelegt wird. Und wenn man unter dieser Einkommensgrenze liegt, dann bekommt man quasi diesen Schwangerschaftsabbruch bezahlt. Bezahlt, wenn man darüber liegt, dann eben nicht. Und diese Grenze wird jährlich ein Stück weit nach oben oder nach unten angepasst. Momentan Stand Juli 2019 liegt sie bei 1216 Euro monatlich. Und diese Bescheinigung der Kostenübernahme sollte man unbedingt vorher klären mit der Krankenkasse. Denn man hat im Nachhinein, wenn der Schwangerschaftsabbruch durchgeführt wurde, keinen Anspruch mehr darauf. Deswegen muss man vorher das Telefonat mit der Krankenkasse führen. Übernehmt ihr die Kosten? Ja oder nein? Und die Krankenkasse kann dann entweder sagen, ja, okay, wir stellen diese Bescheinigung aus oder eben nicht. Dann kommt das Thema, was momentan medial in aller Munde ist. Welche Ärzte führen denn Schwangerschaftsabbrüche durch? Angenommen, man ist jetzt eine betroffene Schwangere, möchte sich jetzt informieren, welcher Arzt, welche Ärztin macht denn Schwangerschaftsabbrüche? Wo kann ich denn hingehen, um mich da zu informieren? Und da ist momentan die Schwierigkeit, die juristische Schwierigkeit, dass Ärzte dafür nicht werben dürfen. Und Werbung ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ich habe von der Kollegin erzählt, die einfach nur auf ihrer Website unter Leistungen geschrieben hatte, Schwangerschaftsabbrüche. Das war jetzt keine Stellungnahme, keine Wertung. Es war einfach nur die Aufzählung von der Leistung. Und dafür wurde sie jetzt juristisch belangt. Und dieser Prozess ist immer noch nicht zu Ende. Das geht schon seit mehreren Jahren so. Selbst wenn die Arzthelferin an der Rezeption telefonische Auskunft darüber gibt, kann das als Werbung gelten und ist strafbar. Fesselt natürlich so ein bisschen die Patientin, weil sie kann sich nicht informieren, welche Ärztin, welcher Arzt denn eventuell ihr in dieser Problematik helfen kann. Da hat sich jetzt der Gesetzgeber etwas einverlassen und hat gesagt, okay, ich stelle eine öffentliche Liste zur Verfügung. Da können sich die Ärzte freiwillig eintragen, wenn sie möchten. Und werden dort gelistet, als die Ärzte Einrichtungen die Schwangerschaftsabbrüche durchführen lassen. Und die betroffene Schwangere kann da einfach gucken, wo der nächstgelegene Arzt oder Ärztin liegt, der oder die Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Diese Liste verlinke ich euch natürlich unten, denn auch die ist gar nicht so leicht zu finden. Wenn ich jetzt eine Betroffene bin und anfange zu googeln, dann kommen erst mal tausende von Treffern, die in irgendwelche Foren führen, wo man sich verliert in irgendwelchen krassen Geschichten. Aber die Liste, die man eigentlich braucht, wird natürlich nicht aufgezeigt. Und grundsätzlich müssen Ärzte keine Schwangerschaftsabbrüche durchführen oder sich daran beteiligen. Das ist im sogenannten Weigerungsrecht verankert. Das heißt, man kann als Ärztin und Arzt auch sagen, ich mache das nicht, ich möchte das nicht und dann muss man es auch nicht machen. Dann reisen wir noch ganz kurz an, wie erfolgt denn eigentlich ein Schwangerschaftsabbruch? Da gibt es im Prinzip nur zwei Varianten. Einmal die medikamentöse Variante und einmal die operative. In Deutschland ist es so, dass 17,6 Prozent der Schwangerschaftsabbrüche medikamentös durchgeführt werden. Der Rest verfällt auf die operative Sparte. Beim medikamentösen Schwangerschaftsabbruch ist es so, dass man den nur bis 63 Tage nach ersten Tag der letzten Regelblutung durchführen darf. Das ist also die neunte Schwangerschaftswoche. Es wird ein Medikament gegeben, was quasi die Schwangerschaft ablöst von der Gebärmutter. Und 48 Stunden nach dieser Einnahme von diesem Medikament gibt es noch ein anderes Medikament, was auch den Muttermund schon weich macht und so die ersten Wehen und Kontraktionen auslöst, dass es eben zur Fehl- oder zur Frühgeburt kommt. Bei der operativen Variante ist es so, dass das in den meisten Fällen mit einer Vollnarkose durchgeführt wird. Man braucht also eine operative Anbindung, ob das jetzt eine Tagesklinik ist, also ein ambulantes Operieren oder in einer richtigen Klinik oder Krankenhaus ist. Und dann wird das Material aus der Gebärmutter ausgesaugt. Im Anschluss, wenn das Material ausgesaugt wurde, gibt es noch die Möglichkeit einer stumpfen Kurette. Das ist quasi ein längeres Instrument, wo man in die Gebärmutter eingehen kann und die restliche Schleimhaut oder die zurückgebliebenen Reste eben auch noch mit ausschaben kann. Das nennt man dann eine Ausschabung. Diese beiden Varianten gibt es, wobei wir auch sagen müssen, das haben wir auch gerade schon gehört, dass die operative Variante in Deutschland mehr durchgeführt wird als die medikamentöse. Zum Abschluss dieser doch sehr brisanten Thematik noch ein bisschen Statistik. In Deutschland wird ja sehr gerne Statistik geführt und über Jahre schon geguckt, wie oft werden Schwangerschaftsabbrüche pro Jahr durchgeführt. Und das hält sich in den letzten Jahren tatsächlich einigermaßen die Waage. Es sind immer um die 100.000, es sind mal 2.000, 3.000 mehr, mal 2.000, 3.000 weniger. Man hat ja eigentlich die Befürchtung gehabt, dass sich diese Statistik durch diese rezeptfreie Pille danach um einiges ändern wird. Momentan sehen wir da überhaupt noch gar keinen Effekt. Interessant ist auch, von diesen ungefähr 100.000 Schwangerschaftsabbrüchen sind 96% durch die Beratungsregelung erfolgt. Sprich, nicht die medizinische Indikation, nicht die kriminologische Indikation führt da, sondern eben wirklich die gewollte Schwangerschaftsbeendigung. Auch interessant ist, man schaut natürlich auch, in welchem Alter werden denn diese Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt, also in welchem Alter der Frau. Und da sind jetzt vielleicht, wie man mutmaßen würde, nicht die jüngeren Generationen die Führenden, sondern tatsächlich die Ü30-Frauen, die dort Schwangerschaftsabbrüche durchführen lassen. Summa summarum ist das ein heikles Thema, ein sensibles Thema, über das, wie ich finde, zu wenig gesprochen wird, zu wenig Information fließt. Deswegen dieses Video für alle Betroffenen, aber auch alle, die sich einfach nur informieren möchten. Ich hoffe, ihr bleibt in den Kommentaren wertfrei. Jeder möchte seine eigene Meinung haben und darf sie auch haben, aber immer Respekt zollen. Man weiß nie so richtig, welche Geschichten und Schicksalsschläge irgendwo hinter stecken. Deswegen wäre ich da immer ganz vorsichtig, jemanden direkt in eine Schublade zu stecken. Und wie gesagt, dieses Video ist neutral, strukturiert und wertfrei geblieben. Und das wünsche ich mir in den Kommentaren auch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr Vorschläge habt für brisante Themen, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Schaut auch mal auf der Website vorbei. Da gibt es jetzt diverse Kurse im Angebot. Instagram seid ihr hoffentlich sowieso schon dabei. Schaut einfach mal rum. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020